In diesem Video soll es um die Copy-Maschine 2.0 von Matthias Ulrich gehen. 350 Euro täglich für den Rest deines Lebens ist das Versprechen des Kurses. Wir schauen uns in diesem Video an, ob das Ganze wahr ist. Zugegeben, das Versprechen ist extrem reißerisch. Matthias hat hier, nachdem er die Profit-Maschine released hat, die habe ich auch auf dem Bonus-Kiste-Kanal reviewt, ein System erschaffen, wo er, ich sage mal, mehrere Strategien im Online-Marketing sehr intelligent miteinander kombiniert, wo du als Affiliate auch ohne eigene Produkte sehr gut damit Geld verdienen kannst. Du lernst hier Schritt für Schritt, wie du richtig Traffic aufbaust, auf eine Landingpage schickst, E-Mail-Adressen, also Leads einsammelst von den Besuchern, die auf deine Webseite kommen und denen im Anschluss dein Produkt oder ein Affiliate-Produkt verkaufst. Das heißt, du kombinierst somit die Vorteile von Affiliates und Ventoren miteinander und das Ganze skalierbar mit kostenpflichtigem Traffic, mit Google Ads, mit Facebook Ads und so weiter. Da geht es einfach darum, wie er das gemacht hat und er zeigt es einfach am PC, wie er das macht. Wir schauen einfach mal rein in die Copy-Maschine, ob das Ganze hält, was es verspricht, wie das System aufgebaut ist und wie das funktioniert. Wir schauen direkt mal rein. Ja, bevor es losgeht, du kannst dir die Copy-Maschine 2.0 von Matthias Ulrich über den Link unterhalb des Videos sichern, bonuskiste.com.com.com.com So wie du es hier siehst, bekommst zusätzlich von mir in der Bonus-Kiste meine 1 zu 1 Affiliate-Strategie dazu im Wert von 699 Euro, wo ich einfach den kompletten Prozess, wenn ich ein Produkt bewerbe, in dem Fall war es ein physisches Gesundheitsbuch, wenn ich ein Produkt bewerbe, wie ich da vorgehe. Ich habe in dem Fall nur kostenlose Strategien verwendet, Strategien, die mich wenige Tage, wenige Stunden eigentlich nur Aufwand gekostet haben, aber mir bis heute Einnahmen bringen, wie ich das mache und wie du das für nachher zu jedes Produkt duplizieren kannst, ganz egal, ob das digital ist oder physisch, meistens physisch ist es sogar noch schwieriger zu verkaufen, beziehungsweise du hast halt weniger Profession davon, das zeige ich dir in der 1 zu 1 Affiliate Strategie, die kostet normalerweise 699 Euro und schenke ich dir in der Bonuskiste kostenlos zur Copymaschine von Matthias dazu. Zusätzlich bekommst du meinen Secret Tag, da ist der Name Programm, ist ein geheimer Affiliate Tag mit Videotutorial, wie ich das Ganze genau mache. Ich zeige dir da im Grunde eine Strategie, die ich aus dem amerikanischen Raum kopiert habe und die im deutschsprachigen Raum anwende. Funktioniert wahrscheinlich so gut, weil sie halt kaum einer macht. Mehr verrate ich aber erstmal nicht. Ist der Secret Tag, bekommst du als Videokurs komplett kostenlos zur Copymaschine 2.0 von Matthias dazu. Sichere dir diese dazu einfach über den Link unterhalb des Videos. So und hier sind wir auch schon im Mitgliederbereich der Copymaschine und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mal mit dem Kurs. Hier geht es direkt los mit dem Danke-Video. Dauert nicht lange, ich würde sagen, wir schauen uns das direkt an. Hier bedankt sich eben Matthias direkt für den Kauf. Dann geht es direkt weiter mit dem Einleitungsvideo. Let's go! Hey, vielen Dank nochmal, dass du dir die Copymaschine 2.0 gesichert hast. Ich bin Matthias und ich heiße dich hier wirklich herzlich willkommen. Ich will dir jetzt auch nochmal versichern, dass du jetzt wirklich alles hast, was du brauchst, um mit dem Geldverdienen im Internet zu beginnen und den Lifestyle zu leben, von dem du schon immer geträumt hast. Damit wir jetzt sofort gemeinsam starten können, klick einfach oben auf das Einleitungsvideo und ich sehe dich in der ersten Präsentation wieder. Also, bis gleich! Ja, das hat der Matthias bereits super erklärt. Wir schauen direkt weiter. Hier bedankt er sich eben. Und hier geht es eben jetzt um die Einleitung, also um den groben Überblick. Was ist hier drinnen? Was erwartet dich hier? Wir schauen einfach direkt mal rein. Wenn du dich in die Copymaschine 2.0 einloggst, dann ist das hier der Startbildschirm, den du siehst. Wie du hier siehst, sind das die Kurse, die du dir gesichert hast. Also hast du dir zum Beispiel die 5x-Click-Vorlagen gesichert und den Magic Autopilot, dann erscheinen diese auch hier. Das gleiche gilt für den inneren Zirkel. Hast du dir diese nicht gesichert, erscheinen diese hier auch nicht. Dann siehst du nur die Copymaschine 2.0 und die siehst du immer, ganz egal, was du dir gesichert hast. Wie du dich vielleicht erinnern kannst, Erst habe ich dir ja vorher schon mal gesagt, dass ich meine Strategie aus drei anderen Strategien zusammengesetzt, vereinfacht und daraus ein brandneues System entwickelt habe. Ich möchte hier heute noch ein wirklich, denke ich, großzügiges Willkommensgeschenk machen. Nämlich gebe ich dir diese drei Strategien, die ich genutzt habe, um meine Strategie zu entwickeln, hier gratis mit dazu. Das sind einmal das Websystem 2.0, den Social Magnet und auch den Besuchergenerator. Das sind Kurse von anderen Marketern, von denen ich vieles gelernt habe. Die sind heute meine Kollegen und ich gebe dir heute diese drei Kurse gratis mit dazu. Du zahlst also keinen einzigen Cent. Diese Kurse werden dein Verständnis über das Thema Geldverdienen im Internet nochmals vertiefen und du wirst hier noch zusätzliches an Informationen mit rausnehmen können. Möchtest du dich jetzt in die Copymaschine 2.0 einloggen, dann klickst du einfach hier rauf auf das Bild und du landest dann hier in dem eigentlichen Kurs. Du kannst hier entweder auf Kurs starten klicken oder du klickst hier auf die jeweilige Lektion. Zum Beispiel klicke ich jetzt hier auf Danke und würde jetzt direkt zum Dankes-Video kommen, was du vermutlich schon gesehen hast. Jetzt hier links ist eben immer das Video, das ist ja selbsterklärend, und rechts eben ist die Navigation. Das sind die einzelnen Videos, wie sie eben nacheinander abgespielt werden. Du hast hier noch einen Auto-Play-Button, den kannst du entweder deaktivieren oder aktivieren. Ich habe den meistens aktiviert. Und hier habe ich jetzt noch eine Bitte an dich. Und zwar schau dir den Kurs unbedingt bitte erst einmal komplett an. Der Grund ist folgender. Aus Erfahrung wissen wir, dass es immer wieder Teilnehmer gibt, die, wenn eine Frage auftaucht in einem Video, sofort unseren Support kontaktieren. Und wir verstehen es natürlich auch, nur meistens ist es eben so, dass die Frage bereits im nächsten oder übernächsten Video sowieso beantwortet wird. Und wenn wir natürlich sehr viele Fragen zum Anfragen, ja, und das Support sehr viele E-Mails erhält, dann dauert das natürlich länger, bis wir alles abgearbeitet haben. Und dann sind natürlich auch die Leute, die dann vielleicht eine Frage haben, die jetzt nicht, deren Antwort nicht gleich offenkundig ist, die warten dann natürlich auch ein bisschen länger auf eine Antwort. Und deshalb würden wir euch bitten, erst einmal den Kurs komplett anzuschauen. Dadurch hast du auch erst einmal, oder hast du erst einmal auch einen Überblick, wie das Ganze funktioniert. Und dann, wenn du das zweite Mal durchgehst und mit der Umsetzung startest, weißt du auch gleich, wie du das, was du gerade umsetzt, wie das alles ins Gesamtbild zusammenpasst und gehst dann natürlich dann damit auch viel selbstsicherer an die Umsetzung heran. So, dann möchte ich dich jetzt auch nicht länger auf die Folter spannen. Und wir sehen uns im nächsten Video gleich wieder. Also, bis gleich. Genau, das zum allgemeinen Überblick. Dann geht es direkt weiter mit dem Mindset. Worauf kommt es an? Was unterscheidet erfolgreiche Menschen von nicht erfolgreichen Menschen? Warum ist die Denkstruktur, beziehungsweise das Mindset so wichtig? Und warum solltest du das auf keinen Fall überspringen? Und das geht es eben hier. Wenn du nicht die richtige Einstellung hast, und zwar die, dass du das Ganze als, ja, als Business machen möchtest, ganz egal, ob das jetzt Vollzeit ist oder nebenbei, ist ganz egal. Wenn du das nicht so behandelst wie ein Business, dann wird es auch nicht dein Business werden. Dann wird es auch kein Vollzeiteinkommen werden, dann wird es auch kein Nebeneinkommen werden. Man muss das Ganze schon ernst nehmen und genau so wie Matthias umsetzen. Es ist kein schnell Reichwerden-System, sondern das ist eine Anleitung, wie du dir ein Online-Business aufbauen kannst, das sehr, sehr gute Einnahmen erwirtschaftet. Matthias alleine hat in den letzten sechs Monaten über 85.000 Euro mit genau dieser Strategie verdient. Dazu kommen wir später noch. Das zeigt er nämlich genau im Kurs, wie er das gemacht hat. Motivation, was hat es damit auf sich? Der Weg nach oben. Und dann geht es direkt weiter mit der Roadmap, wo er eben nochmal genau erklärt, so wie geht es jetzt los? Eben erster Schritt Einleitung, dann Mindset und Motivation. Das Erfolgsmodell, dazu kommen wir gleich. Wie funktioniert das überhaupt? Also selbst wenn du noch kompletter Anfänger bist, siehst du, wie das funktioniert. Zahlen und Fakten, da zeigt er Ergebnisse und zwar direkt in seinen Accounts, bei Digistore, bei Copacart und so weiter, zeigt er, okay, wie viel Geld hat er ausgegeben, wie viel Geld hat er eingenommen und so weiter. Umsetzung, Reseller-Lizenz, Schritt für Schritt zum Erfolg, Kampagnen, Planung, Aufbau und Start, Vorlagen zum Kopieren, die du einfach von ihm kopieren kannst. Dazu kommen wir jetzt dann gleich. All die Webseiten, Landingpages, Designs und so weiter, die er da verwendet hat, um diese Strategie umzusetzen, die bekommst du hier einfach mit. Und darum geht es eben hier jetzt im Erfolgsmodell. Wie schaut das Ganze aus? Ich skippe einfach jetzt mal ein bisschen nach vorne, um dir das Ganze zu zeigen. Du lernst im Grunde Affiliate-Marketing auf eine fortgeschrittene Art und Weise. Und das Ganze kannst du dann nicht nur für Affiliate-Marketing verwenden, sondern auch für deine eigenen Produkte. Das heißt, du schickst, und das machen im englischsprachigen Raum extrem viele Leute genauso, im deutschsprachigen Raum machen das tatsächlich von Affiliates, machen das eher weniger so, wie du kostenlosen und kostenpflichtigen Traffic auf Landingpages bringst. Und zwar die richtige Traffic-Quelle mit der richtigen Seite zusammenbringst und nicht mit Facebook auf ein Autoplay-Video schickst oder irgendwas, was halt nicht funktioniert, wie es teilweise in Kursen kommuniziert wird. Sondern du lernst eben genau, wie du die richtige Traffic-Quelle, also die richtige Besucher-Quelle mit der richtigen Landingpage ja zusammenbringst. Das heißt, das Ziel ist, dass Besucher auf diese Landingpage kommen, ein Quiz ausfüllen, ein Anti-Fed-Trick wird denen gezeigt oder ähnliches. Und das Endziel der Landingpage ist, der User trägt seine E-Mail-Adresse ein. Und erst dann geht es weiter mit dem Verkauf. Erst dann geht es weiter damit, dass eben hier ein Produkt angeboten wird dem Kunden. Erst nachdem du die E-Mail-Adresse hast und ihn somit dauerhaft die ganze Zeit bespielen kannst, ganz egal ob über Managed oder über E-Mail, auch das ist hier enthalten. Erst nachdem du eben ja quasi seine Daten hast, geht es dann ums Hauptangebot. Das heißt, du sammelst hier Leads, hast die Vorteile der Vendoren und kannst aber zusätzlich noch ein Affiliate-Produkt verkaufen. Und das ist eben ein geiler Verkaufsrichter, der ja sehr auf Langfristigkeit aufgebaut ist, weil umso größer deine Liste ist, umso größer ist dein dauerhaftes Einkommen. Da kannst du im Grunde aussuchen, jedes Mal, wenn du rausschickst, wirst du da für die Produkte, die du rausschickst, Verkäufe erzielen, sofern du relevante Produkte hast und eine relevante Liste hast. Fakten und Zahlen. Hier geht es ans Eingemachte. Hier zeigt er ganz einfach, wie hat der Traffic aufgebaut, gibt dir einen Blick in seinen Facebook-Ads-Manager, wie sieht Digistore bei ihm aus, wie sieht Facebook bei ihm aus, wie sieht Google bei ihm aus, wie sehen die Kampagnen aus, wie hat er targetiert, auf welche Zielgruppe, welche Affiliate-Produkte hat er verkauft, wie sehen die Landingpages aus, auf die er geschickt hat von Facebook. Kennst du vielleicht, dass viele Konten und so weiter gesperrt werden, wie verhinderst du das? Das zeigt er dir hier. Finde ich extrem geil, weil du siehst ja einfach auch genau seine Zahlen. Und im Grunde kannst du das, ja, ich würde nicht sagen eins zu eins nachkopieren, aber halt nachmodellieren, muss ja nicht in der gleichen Nische sein, kann auch eine andere Nische sein. Also selbst wenn du in die gleiche Nische gehst, wie Matthias wird es funktionieren, ich will da jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, ich will da jetzt nicht zu viel verraten, was er da genau gemacht hat, aber extrem interessantes Video. Affiliate-Marketer, worum geht es hier, was ist Affiliate-Marketing, wird dir hier einfach nochmal erklärt. Im Grunde geht es hier darum, Produkte im Internet zu bewerben. In dem Kurs geht es um rein digitale Produkte, du kannst aber auch physische Produkte über Affiliate-Marketing bewerben. Und wenn durch dich jemand ein Produkt kauft, das wird durch den Link getrackt, dann bekommst du eine Provision. Das ist im Grunde Affiliate-Marketing. Dann wird dir hier Schritt für Schritt erklärt, wie du das System umsetzt. Dazu verrate ich jetzt erstmal nichts. Wie gesagt, hier werden kostenpflichtige Traffic-Methoden, wie Facebook, Instagram, TikTok und so weiter behandelt, aber auch kostenpflichtige Traffic-Methoden, die halt eben erlauben, dass du das Ganze hochskalieren kannst. Also hier beispielsweise in seinem Beispiel hat ja Matthias 50 Euro am Tag ausgegeben und damit kannst du schon richtig viel Besucher erreichen und kannst so dein Geld Tag für Tag verdoppeln oder verdreifachen von dem, was du halt reinsteckst. Dann geht es weiter, Schritt 3. Dann geht es direkt weiter mit der Reseller-Lizenz. Auch hier bekommst du nochmal eine Reseller-Lizenz, die du direkt nutzen kannst. Das heißt, du kannst die Copy-Maschine mit erhöhten Provisionen verkaufen, quasi selber als Vendor mit einer Reseller-Lizenz, mit 100% Provisionen, kannst du die Copy-Maschine selber verkaufen. So wie Matthias das macht und profitierst eben nochmal davon. Viel mehr als ein, ja ich sag mal normaler Affiliate. Schritt für Schritt zum Erfolg. Also hier nochmal eine Schritt für Schritt Anleitung, direkt am PC abgefilmt. Also nicht irgendeine Theorie, sondern einfach direkt, wie das geht. Dann wird hier die Kampagne komplett aufgebaut und sah von Null auf. Wie wählt man die Nische aus? Wie wählt man das richtige Produkt aus? Welche Domain sichere ich mir? Wie baue ich WordPress auf? Wie bediene ich WordPress? Wie erstelle ich eine Landingpage? Welche E-Mail-Adresse wähle ich? Welches E-Mail-Postfach wähle ich? Und wie erstelle ich das? Also jeder einzelne Schritt, selbst wenn du da komplett am Anfang stehst, wird dir hier erklärt. Also hier Matthias registriert sogar eine Domain mit dir gemeinsam und du brauchst es einfach nur Schritt für Schritt, Klick für Klick nachzumachen. Also du siehst hier bereits, Landingpages, alles ist da drinnen, was du brauchst, in Form einer Schritt für Schritt Anleitung, direkt am PC abgefilmt. Dann geht es eben um den Traffic. Wie erstellst du eine Facebook Fanpage? Also hier geht es nicht direkt los mit dem Facebook Ads Manager, sondern auch wieder hier komplett bei Null. Du hast noch gar nichts, du hast keine Facebook Fanpage, du hast nur ein Facebook Konto, und wenn du kennst hast, kannst du dir eins erstellen. Wie erstellst du eine Facebook Fanpage? Wie findest du eine Facebook Gruppe? Wie postest du eine Facebook Gruppe? Wie machst du das richtig? Wie schaltest du Ads auf Facebook? Und so weiter, all das hast du hier eben drinnen. Dann hast du hier noch direkte Vorlagen, die du einfach nutzen kannst. Die werden hier regelmäßig ergänzt, das heißt du kannst hier direkt im Grunde die Vorlagen von Matthias nehmen und seine funktionierenden Sachen einfach für dich implementieren. Und last but not least hast du noch drei Bonis, fertige E-Books zu verkaufen, die du direkt, ja, downloaden kannst und die du quasi als Lead Magnet, als Goodie deinen Besuchern dazugeben kannst, als Belohnung dafür, dass sie ihre E-Mail-Adresse da lassen bei dir. In allen möglichen Nischen, Autokauf, Angst vor Hunden überwinden, Befreiungsschlag, Humor, clever auswandern, flacher Bauch, also all diese Nischen hast du hier direkt fertige E-Books drinnen. Hörbuch und E-Books zum Thema Partner und Dating bekommst du hier direkt dazu und Bonus 3, nochmal mehr Freebies, die du direkt nutzen kannst. All das hast du hier drinnen, finde ich eine der geilsten Möglichkeiten, wenn man sagt, man möchte mit Affiliate Marketing, also die Vorteile von Affiliate Marketing nutzen, aber eben auch die Vorteile der Vendoren trotzdem haben. Du baust dich eine Liste auf, bist nicht so wie ein Standardaffiliate, der keine Liste hat, hast trotzdem 100% Provision, wie ein Vendor, musst aber den Support nicht machen. Das heißt, du kombinierst hier einfach die Vorteile vom Vendor sein und von Affiliate Marketing in einem, machst im Grunde die Strategie, die die erfolgreichsten amerikanischen Affiliate Marketer machen, als erstes auf eine Opt-in Page zu senden, die E-Mail Adresse einzusammeln, damit ich den Kunden über die nächsten Jahre noch bespielen kann und dann erst zu verkaufen und baust dir somit langfristig was Dauerhaftes auf. Ja, wie gesagt, klare Empfehlung meinerseits, finde ich extrem geil, was Matthias hier auf die Beine gestellt hat. Du bekommst meinen Secret Hack und meine 1 zu 1 Affiliate Strategie kostenlos zur Copy Maschine 2.0 von Matthias dazu. Sichere dir diese dazu einfach über den Link unterhalb des Videos, bonuskiste.com slash copy und schreib mir danach eine E-Mail an bonus-at-bonuskiste.com, damit ich weiß, wohin ich dir die Bonuskiste freischalten kann. Alles Gute, viel Umsatz und viel Erfolg. Ciao.